okay das war's okay da war unten ein verkehr beziehungsweise da ist das die richtige weg warte mal give me a second rutsch ich okay okay da müssen wir nicht lang wir können einfach direkt hier rüber ich glaube da können wir hin da drüben chill so ein lizard ja schau mal wer ist denn hier hallo höhle der hebra südspitze falls nach tulin suchst er ist mit gesahne tiefer in die höhle gegangen um essens vorräte zu sammeln die höhle geht noch ein ganzes stück weiter nach hinten ich würde dir also gerne den weg zeigen aber wenn ich unsere dinge hier nicht im augen behalten könnten sie von monstern oder so gestohlen werden ich sollte wirklich nicht einmal daran denken mich von ihr vorzubewegen wenn du tief in die höhle gehst um nach tulin zu suchen sehr vorsichtig es gibt dort eine kreatur die an den wänden entlang springt allerdings glaube ich nicht dass sie dir etwas antut wenn du dich von ihr fern hältst kann ich okay ich gehe nicht schade entschuldigung das ist unangenehm ich glaube ich kann die zerstören die dornen ich glaube nicht oder ich muss einfach leiden noch schönes zeug leuchtpilz leuchtpilz oh mein leuchtpilz war da fischer nehme ich immer gern mit alles was wir sehen und in die finger bekommen können es hat drei uhr geschlagen damit er nicht die uhr die ganze zeit im in der aufnahme ist link du kannst loslassen es ist in ordnung das ist der weg zu das ist der gleiche weg oder ja das ist einfach der weg super ich wollte eigentlich schauen wie ich zu diesem einen teil komme der am anfang ist aber wenn wir schon hier sind dann gehe ich noch mal zurück ganz schnell weil es irritiert mich da da ich glaube ich kann da einfach nichts so man ich meine es ist nicht so wichtig aber es hat mich halt interessiert ich wette du kannst darüber klettern aber was soll's und er war aber so back on track zurück am weg da sind diese fischer ich glaube vom roten habe ich ein bild aber vom blauen nicht da habe ich ihn wohl angelockt ja kommst du her mein controller ist ein bisschen verwirrt also kommt nicht drunter auch kein problem und das war es mit dem hammer alles verloren cool ich habe eine lanze aha sag mal wie tief sind die reingegangen okay okay also habe ich noch irgend so ich habe das da ich muss ein feuer machen und nach oben fliegen alles klar ich bekomme das aber ich muss noch mal ich muss noch mal Scheiße Warte mal Wie ging das nochmal? Wie werfe ich denn? So Hurra Und so hätten wir halt eigentlich zum Dingens gekonnt Hier geht's rein und da drüben geht's aber auch nochmal weiter Was ist hier los? Ah Kann ich die Sachen verbrennen? Wir haben's gleich Ich bin fast da Noch ein Sekündchen Da Brennt das dann weg? Ja Es brennt ein Weg frei Ja okay Super schön Gut wissen wir das auch Bei Bäh Die Dinger Ich frage mich Ob es da einen besseren Weg gibt Die zu sammeln Aber Ich kann's nicht sagen Ja Oh Ah Gut Stein Okay Schauen wir mal Wo sind die denn? Oh mein Gott Oh Okay Kleines Bebe Kleines Steinbebe Ja Tote Steinbebe Oh ja Donnerblumen Immer gut Wer bist du denn? Hallo Dieser Thulen 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 Was stelle ich nur mit dir an? Lässt die Nahrung Die wir für das Dorf gesammelt haben Einfach zurück Und fliegt weg Ah Na so was ein Hylianer Hier Und auch noch bei diesem schrecklichen Sturmwetter Ähm Ich weiß nicht was ich gerade sage Ach so Du wolltest mit Thulen reden ja Leider habt ihr euch beide ganz knapp verpasst Bedauere Thulen und ich sollten hier nämlich nach Nahrung suchen Doch plötzlich flog vor dieser Höhle Ein schwarm Monster vorbei Fliegende Untiere Genau wie jene Die in letzter Zeit mehr und mehr um das Dorf herum erscheinen Ich wollte dass wir sofort zurückfliegen Und den anderen Bescheid sagen Aber Thulen hörte überhaupt nicht zu Er meinte bloß dass er ihnen gleich nachfliegen und ihr Nest finden wollte Und ja Eine Sekunde später war er weg Ähm Der Monsterschwarm flog in der Nähe Der einsamen Zeder auf der Kalibarspitze nördlich des Höhleneingangs Bestimmt hat Thulen sich dort aufgemacht Okay Dass er sich so kopflos in Gefahr begeben muss Ach Thulen In der Höhle der Hebra Südspitze ist zu Thulen nicht angetroffen Laut Gesahne hat Thulen die Höhle in Richtung der einsamen Zeder auf der Kalibarspitze im Norden verlassen Er soll alleine aufgebrochen sein um einige Monster zu verfolgen Huch Das darfst du ruhig verfolgen das ist kein Problem Link Ist alles in Ordnung So Fischi Immer schön Gut Dann verfolgen wir Thulen einfach weiter Achso das ist Schnee Ich dachte irgendwer hat Schuppen in den Haaren und schüttelt sich gerade Hallo Huch Was kommt denn da Oh Ja okay die habe ich schon Ach ne da ist einer Nein Fällt das nach vorne Ne fällt seitlich Oh okay aber es hat diesmal so ein Brett unten Das heißt ich kann da wahrscheinlich was drauf stellen Hm Link ist so unbeeindruckt immer von allem Äh So Kannst du nochmal fallen lassen Ja lass halt los Gott bin ich gut Gott gleiches Großartig Hui Cool Jo Dankeschön 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 Gut dann hau ab Ähm Gegner Irgendwas da hinten Eine Eisfrucht Immer gut Da nach oben Nein das will ich gar nicht Ja Oh die haben eine Truhe da drüben stehen Hüpp Warte ich brauche ähm Ein anderes Ja gut Das ging doch schneller als erwartet Das schnell mitnehmen Äh ein Schwalbenbogen Oh nicht Aber danke Sehr nett Holzpfeile Wir können äh Nicht gerade den da Aber das da So und dann Naja Aber Das sind alle so schwach Die brauche ich eigentlich nicht So da oben Okay wir klettern Wir klettern Hier nach oben In die Richtung Keine Ahnung Ob das so stimmt Aber es schaut wichtig aus Oh shit Ein hässlicher Oh mein Gott Ach wie süß Sind da alle unterwegs Soll ich mir das antun Hm Nee Ja nicht Wenn wir müssen Dann ja Aber Das erste Lassen wir es Oh Gott Er kommt zurück Wo können wir den hin Was da oben ist Ganz nach oben können Oder was Ja Ist da ein Gegner drin Eingefroren Das sieht so aus Was ist das denn Was zum Was ist das denn Sieht aus Als hätte jemand In Minecraft Nach oben gebaut Da heck Da heck Da heck Die heck Ein Aufstrom Ein Luftstrom Nach oben Nach oben Ähm Okay Könne ich da weiter hoch Hier Oder Wo ist denn Der feine Orni Junge Hallo Ah Da Ich hab ihn gefunden Ich hab nicht aufgepasst Ich auch nicht Worum geht's Blödes Monster Hallo Link was machst du denn hier Was ist passiert Keine Zeit für Fragen an mich Ich stelle hier die Fragen Ehrlich gesagt Hat sich das verflixte Vieh Meinen guten Bogen gekrallt Scheiße gelaufen Siehst du Da ist der Bogendieb Oh nein Wie tragisch Da unten habe ich eine Truhe gesehen Mit einem Bogen drin Ich muss den Bogen zurück haben Hilfst du mir Link Ja Dankeschön Ah Übrigens Ich kann einen Windstoß In meine Blickrichtung schicken Wenn du mit deinem Parasegel Auf diesem Wind reitest Solltest du bis zum Monster fliegen können Gib mir einfach ein Zeichen Dann erzeuge ich den Windstoß sofort Okay Sobald Tulins Macht über den Wind Sobald Tulin seine Aura entfaltet Kannst du einen Luftstrom entfesseln Der dich nach vorne befördert Beim Einsatz des Parasegels Kannst du so den Flug beschleunigen Hä Wie war Als du die einsame Zähne erreicht hast Trafst du einen bekümmerten Tulin an Er erzählte dir Dass sein Bogen von einem Flugmonster gestohlen worden war Besiege das Monster Um Tulins Bogen zurückzuerhalten Okay Aber Du musst mich halt anschauen Weil du schaust jetzt gerade nach da drüben Soll ich ihn jetzt Oh okay okay Oh okay Das Okay Okay Ja So Ey Ey Du musst hier runterkommen Ich brauch dein Was machst du für Geräusche Was ist da los Was ist mit dir Wo ist es jetzt Ist verloren Ne Da ist es Ah Scheiße Gib mir eine Sekunde Ich muss mich orientieren Okay Wo ist es jetzt schon wieder hin Da vorne Mann bin ich gut Drei Pfeile Aber ich bin gut Gut gemacht Ich kann das nicht Ich kann nämlich nicht fliegen Siehst du wie beeindruckt ich bin Das Gib ich gar nicht Das ist nicht Was ist mir riesig geholfen Rasch mal schauen Hals noch dran So ein Glück Oh je Oh nein Seine Freunde Oh es bringt Freunde von Freunden Da kommen noch mehr Oh nein Das ist Drama Ja Die können was erleben Zweimal tricksen mich Die blöden Flatterer nicht aus Los Link Die kaufen wir uns Gegen uns beide Haben die keine Chance Ja klar Aua Alles gut Sehr schön Hurra Wir haben es geschafft Ich weiß nicht Ich finde das so unspannend Ich will eigentlich nur zum Tempel Sieh mal Das hier könnte ihr Lager gewesen sein Was Was ist jetzt los Was Da ist gerade der Wind Nein auf keinen Fall Das muss etwas anderes gewesen sein Tun hin und link Hä Oh hi Hallo Ja Gute Arbeit ihr beiden Ihr habt uns beobachtet Herr Tiss Auweia wie peinlich Ich Ich habe nicht auf Gesane gehört Als er versucht hat mich aufzuhalten Ich dachte dass ich allein klarkomme Aber dann hat das Viel mir mein Entschuldigung Es ist so Link steht so daneben Da kann sie ihn einfach so When you're characters Das Schaut halt so lustig aus Weil einfach nur so Zu Uhr Ohne Ohne expression Ohne Gesichterstdruck Einfach nur so Hi Und er so Oh Es tut mir so leid Ich habe scheiße gebaut Und er denkt nur Ich Ich weiß nicht Warum ich hier mit im Bild bin Eigentlich Es geht ja nicht um mich Es ist so So unnötig einfach Du könntest ihn weg haben Da aus dem Bild Da gerade Und es wäre Oh So Fotobombing einfach Ich habe mich Für groß genug gehalten Aber Allein hätte ich den Bogen Nie zurückbekommen Verstehst du jetzt Warum wir dich wie ein kleines Küken Behandelt haben Ja Es ist wirklich wichtig Mit seinem Gefährten Zusammen zu arbeiten Schau mich nicht so an Ich Ich bin nicht dein Gefährte Ich glaube dass ich jetzt Endlich verstanden habe Was Papa mir immer sagen wollte Gut für dich Was ist eigentlich passiert Sieht dir gar nicht ähnlich Dir deinen Bogen abnehmen zu lassen Das war wegen Prinzessin Zelda Ich habe Zelda gesehen Ein Monster hat sie angegriffen Als ich ihr helfen wollte Flog sie hoch Durch diese Wolke Das hat mich abgelenkt Und schon war mein Bogen weg Prinzessin Zelda ist über dieser Wolke Wie kann das sein Schwer zu glauben Aber wenn wir hier nur rumsitzen Wollen wir es nie ergründen Tulen Link ist doch auf der Suche Nach Prinzessin Zelda Untersuche mit ihm die Wolke In der die Prinzessin Verschwunden sein soll Ich dachte ich darf nicht Bevor ich hierher gekommen bin Habe ich einen Bericht erhalten Es ist sehr wahrscheinlich Dass der Schneesturm Doch in der Wolke Seinen Ursprung hat Ja Ich wollte ihr Inneres Gleich untersuchen Aber starke Winde machen Das Unmöglichste von der Seite zu erreichen Der einzige Zugang ist von oben Aber Kein Orni kann diesen stürmischen Himmel durchqueren Und dorthin gelangen Mit einer Ausnahme Tulen Ich glaube dass du es schaffen kannst Mit deiner Kraft und der Fähigkeit Windstöße entstehen zu lassen Tulen wird der beste Krieger der Orni werden Wenn er versteht wie wertvoll Verbündete sind Das sagt dein Vater Teber immer Papa hat das gesagt? Ich werde Teber berichterstatten Begleite du Link auf der Suche nach Prinzessin Zelda Und dem Ursprung dieses Schneesturms In Ordnung Ich werde mit Link zusammenarbeiten Einfach das Kind losschicken Alles klar Link ich habe Prinzessin Zelda Auf den schwebenden Inseln beim Hebra-Gipfel gesehen Dort sollten wir zuerst hingehen Ich bin die ganze Zeit hier gestanden Ich habe alles mitbekommen Das musst du mir nicht sagen Aber dankeschön Link Tulen wir zählen auf euch Äh Yeah Hurra Durch den Kampf lernte Tulen eine wichtige Lektion Über den Wert der Kooperation Sogar härtes erkannte Tulens Leistungen an Begib dich gemeinsam mit Tulen zu den schwebenden Inseln In der Nähe des Hebra-Gipfels Wo er Prinzessin Zelda gesehen haben will Okay Ein rustiger Zweihänder Brauche ich nicht Also das ist ein Falkenbogen Die zwei Relaxen da gerade Entschuldigung Das ist kein Spielzeug Ich weiß Nein Nein Gott sei Dank Erwischt So Ihr schafft das schon Bring mir ein Souvenir mit Nicht du Du Was wir Können wir noch nicht bekunden können Bereite ich jetzt gut vor Vorlauf bricht Wie denn Und wie soll ich jetzt weiter Ich habe nicht ganz verstanden Wie das funktioniert Mit dem Windstoß Um ehrlich zu sein Oh Gott Da müssen wir hoch Okay Ich glaube wir machen das Richtig Ich bin mir aber nicht sicher Alles hochklettern Mein Freund Du sollst da nach oben link Nicht runter Sind das Brücken Was soll das sein Oh eine Truhe Ein Solaniumschwert Das können wir aber ruhig mitnehmen Statt dem da Ähm Mein Freund Du müsstest Ja ich weiß Dass du das machst Hui Cool Brauchen wir den Windstoß Da überhaupt Ich glaube eigentlich Fast gar nicht Können wir einfach so hängen Ja gut Sehr schön Wie hast du dich denn jetzt Da gerade durch die Wand Geglitscht Zumindest ausgestattet Uh ja Holtfeile Sehr schön Äh Hoch mit dir Link Wir müssen in die Wolken Hinauf Ähm Vermutlich Wenn ich den Weg finde Dann ja Was ist das What the fuck Oh man Oh Oh Was ist hier unten los Ein Gegner nach dem anderen Relaxed hier Aha 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 Ja Okay Was ist Oh Das ist ein Krok Das rote Licht Das rote Licht Okay Okay Äh Oh guck mal Mal eine Sekunde Hier Oh man Da Cool So da kommen schon die anderen Kollegen Oder zumindest versuchen Du siehst Das ist hier nicht ganz um die Ecke gekommen Oder was Oh bin ich tot Ich habe gesehen Dass sie so Eisschwerter haben Aber ich habe nicht gedacht Dass sie so viel Schaden machen Tja Das Spiel war sich auch kurz unsicher Das war sich auch unsicher gerade so Ist er tot oder nicht Ich weiß es nicht Na schön Der ist das Fleisch Das Eingefrorene So ein Scheiß Oh verdammt Eissapfen Oh Das wollte ich nicht Aber danke Eissapfenkeule Erzeugt mir Der ein Stabung Gewünscht Das ist okay Interessant Holzpfeile Es ist interessant Auch dass die Da drüben Die Kollegen Nichts machen Während das ganze abläuft Ja Ja Beruhig dich Ganz entspannt Freund Oh Oh Scheiße Ich habe nicht mehr viele Herzen Oh Ich habe keine Waffe ausgerüstet Deswegen funktioniert nichts Nee Ich will eigentlich keinen Miasma Schaden haben Na Ich will nicht Dass du irgendwas machst Ich will Scheiße einsammeln Jetzt hast du es weggeweht Du Hornochse Es ist jetzt weg Oh man Ah Na schön Ja Okay Nee Dann äh Ess ich mal kurz was Hat mir genug Und dann holen wir uns den Krog da oben Oh da hinten liegt es Okay Hallo Kleiner Freund Wo gehörst du hin Ah Ah Hm Hm Ich kann mich kaum bewegen Ach man Ich habe da vorne ein Äh Dingens gesehen Glaubst du ich kann den so rüber Auch bringen Ich glaube nicht Ich glaube ich muss da drüben was basteln Ähm Bitte roll nicht zu weit davon Na Jetzt Aber So warte mal kurz Ich weiß Du 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 ja 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 Oh, ich kann festkleben, das ist gut. Der ist da oben, oder? Ja, da. Ach so, Flammenschild. Kann ich das nicht so machen? Schade. Ich dachte, ich kann das... Ähm... Okay, warte mal. Geht das? Warte mal kurz. Warte! Ich probiere was anderes. Ich sehe... Scheiß... Mann, jetzt lass mich doch in Frieden. Jetzt geht nichts. Jetzt muss ich überlegen. Arsch... Warum... Wieso... Warum... Jetzt steh auf! Der kann das nicht greifen, wenn er hier oben ist? Ist das deren Ernst? Okay. Ist alles okay. Gut, wir probieren was anderes. Gut, wir probieren was anderes. Konstantinopel wo ist der scheiß da ist es Nein Er ist runtergerollt Er ist runtergerollt Was Okay Das ganze nochmal Er ist runtergerollt 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 Ers wandering Er ist runtergerollt Er ist runtergerollt Er ist runtergerollt so das mal dahin und nah mal speichern die 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 äh brandgefahr scheiße nein dreck oh 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 Oh, okay Loslassen Was für eine schwere Geburt Hier Bitte schön Ja, ciao Alter Das gibt's ja wohl nicht